Es gibt Gerüchte, dass Meghan Markle Prinz Harry das Besuchen von Polo-Matches verbietet. Laut Kinsey Scofield wollte Meghan Harrys Polo-Spiel einschränken, nachdem sie ihn glücklich mit Nacho Polo spielen sah. Fotos von Nacho kursierten im Juni online, auf denen Harry zärtlich mit einer unbekannten Frau während eines Polo-Matches zu sehen war. Sie wurden umarmt, und eine Quelle sagte, sie hingen eng miteinander zusammen, und alle sprachen darüber. Es stellte sich heraus, dass sie Delphi ist, die Frau von Prinz Harrys langjährigem Freund Nacho Figueres. Trotzdem sagte die Quelle dem Magazin InTouch, dass die ehemalige Suits-Schauspielerin verärgert war, als sie sah, wie ihr Mann zärtlich mit Elina war. Meghan sagte schließlich Harry, dass sie nicht möchte, dass er weitere Ausflüge mit dem Polo-Team unternimmt. Inzwischen bereut Harry angeblich seinen Streit mit der königlichen Familie. Laut einem königlichen Kommentator ist er 2020 neben seiner Frau Meghan Markle als arbeitendes Mitglied der Monarchie zurückgetreten. Harry hat seitdem in TV-Interviews und seiner Autobiografie mehrere öffentliche Angriffe gegen die hochrangigen Mitglieder der königlichen Familie gestartet. Der Prinz und die Prinzessin von Wales sprechen derzeit nicht mit ihm. Der königliche Autor Tom Quinn behauptet, dass Harry nun beginnt, seinen Rücken zur königlichen Familie zu bereuen. Quinn sagte der Express, Harry hat sehr klar gemacht, dass er sich schrecklich schlecht behandelt fühlt. Ich denke, er fängt bereits an, es zu bereuen, weil er den Wert hat, ein Mitglied der königlichen Familie zu sein. Laut einem anderen königlichen Experten hat ein kürzlicher Abend von Prinz Harry und Meghan Markle ein Problem aufgedeckt, das das Sussex-Duo hat. Das Duo machte einen Abend in der Stadt, obwohl die Rechnung einen beträchtlichen Betrag markierte. Meghans Outfit bereitete Expertin Daniela Elsa Sorgen. Es scheint, dass das Leben des Paares zu einem Preis kommt, den sie möglicherweise nicht aufrechterhalten können. Eine leger gekleidete Meghan-Truckkleidung im Wert von 9800 US-Dollar. Ihr Outfit, ohne Schmuck, bestand aus Christian Lobota-Pumps und einem Valentino-Minigleid. Weitere Kosten wurden von Expertin Elsa festgestellt, die behauptet, dass ein gemeinsamer Abend für das Duo zu einer besorgniserregenden Ausgabe wird. Das Transportmittel war ein gemieteter Jet vom Typ Gulfstream, wobei das kleine Flugzeug reisen zwischen 26.100 und 32.800 US-Dollar machte. Elsa schrieb in einer Kolumne für News.com Australia, bisher, ohne die Kosten für jugendliche Babysitter in Montecito, ein paar Bitcoins gut haben und Open AI zu berücksichtigen, beläuft sich dieser eine Abend allein auf einen Gesamtwert von mindestens 43.800 US-Dollar. Fragen zur finanziellen Stabilität des Paares wurden aufgeworfen, und Elsa sagte, dass die Sussexes nun sozial in einer ganz neuen Liga spielen. Sie fügte hinzu, Adel hat schon immer kostenlose Geschenke von wohlhabenden Freunden und nicht wirklich Freunden genossen. Die Sussexes befinden sich jetzt in einem völlig anderen Boot, in dem die neue soziale Welt größtenteils von Menschen bevölkert ist, die oft weitaus wohlhabender sind als sie, was sie im Vergleich dazu geradezu bettehaft erscheinen lässt. Das Duo unternimmt jetzt Ausflüge, die einige fünfstellige Beträge kosten, und Elsa behauptet, es sei fraglich, ob sie sich all diese Privatangelegenheiten tatsächlich leisten könnten.